Tatatataa. Ach stimmt, das war das, genau das Wind-Symbol. Hallo. Möchtest du über Gott und die Welt reden? Bussbsbsbsbsbsbsbussbussbussbuss. Hähähäh. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei der nächsten Ausgabe von Resident Evil HD Remastered 93. Ja, ich komme gut voran im Spiel. Die liebe Rebecca, die hilft uns gerade bei dem Schildrätsel, beziehungsweise zum, ich muss ja erstmal, ich muss erstmal das Lied der Monsonate lernen, um, damit ich dann den Schild kriege, um das Schildrätsel zu lösen mit diesem, verdammt leise hier schon wieder, bei der Uhr und derweil so ich mich mal dann mit einem alten Schlüssel aufschließen. Ich kann ja doch den alten Schlüssel verwenden. Ich hab die ganze Zeit gedacht, ich bräuchte Dietrich. Nein, ich war doch richtig mit dem alten Schlüssel. Ja, wunderbar, denn hier ist das alte Gewehr, ja? Dann kann ich mir das holen. Was ist das denn? Nur alte Möwe. Das will ich auch nicht. Eine Blendengranate. Die haben ja auch verschiedene defektes Gewehr. Jawohl, jawohl, ich kann mir meine andere... Maus aus dem Bild. Ich kann mir meine neue Waffe holen. Und noch mehr Farbänder, ey. Jetzt muss ich mich nur dran erinnern... Ist hier noch was zu finden? Also hier war noch Kerosin, das ist gut. Das ist noch Kerosin. Da, das ist hier schön zu wissen. Jetzt muss ich mich dran erinnern, wo war das Zimmer gewesen? Das war dieses kleine Viereckige. Lasset mich gerade auf der Karte gucken. Das ist da rechts drüben. Genau, da. Rechts drüben sieht man ja dieses orangene Ferg. Dort ist es drinnen. Ja, prima, ja prima. Ansonsten würde ich nämlich dieses Rätsel machen mit der Biene. Wo ich glaube ich... Was finde ich denn da? Finde ich da eine Maske? Finde ich da einen Schlüssel? Ich glaube, ich finde da einen Schlüssel. Weil ich muss ja auch noch die Gegenstände finden, um dann später auf dem Friedhof den Magnum zu finden. Das ist ja Klosse. Hm. Jetzt ist die Frage. Ich denke, das mache ich. Das mache ich, weil... Moment. Hatte ich noch mehr Munition? Also ich habe einiges an... An... Ich habe einiges an... Ähm... Farbbändern. Die kann ich nicht zusammenlegen. Komisch. Ich dachte, das wäre beim Netzwerken die Chemikalie. Hier habe ich auch das Gewehr. Die Gewehr-Munition habe ich. Okay, dann... Oder vielleicht geht es ja doch. Und jetzt einfach alles zusammen. Das war vergerbt. Ich habe schon gerne meine Ordnung. 24-Fahrt-Männer. Ja, voll igen. 24 Mal kann der Speichern. Der Chobo kann nichts verlieren. Wird nur gewinnen. So. Denn wenn jetzt die ganzen Redheads unterwegs sind, wäre es gut, wenn ich hier mein... Wenn ich ein Gewehr dabei habe. Okay, welchen Weg gehe ich jetzt am besten? Das kann ich noch nicht rein. Autsch. Ich rede von Redheads und da ist schon der Redhead. Ey. Nix da. Brieföffner. Zeig mir deine Geheimnisse. Jesus, Kriminey. Was sagt man... Ich halte zum... Ich halte was aus. Und du blutest. Okay, du bist jetzt also endgültig tot. Und die werden auch nicht nochmal aufstehen. Ich spiel ja auf der sehr einfachen Schwierigkeit. Also daher sind sie wohl auch kein so großes Problem. Auf anderen Schwierigkeiten würde ich wahrscheinlich noch mehr Schaden zufühlen. Steht da auch wieder auf? Anscheinend noch nicht. Ich habe keinen der Hausschlüsse mehr im Moment. Das kann ich nur von der anderen Seite öffnen. Dann gehe ich mal hier durch. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit die Rebecca jetzt braucht, um das Lied zu üben. Aber ich lasse ja mal meine Zeit. Ich habe ja genug andere Sachen zu tun. Stehst du wieder auf? Auch noch nicht. Seit alles langschliefer, so wie es aussieht. Da ist mir jetzt irgendwas los. Wird da was transportiert. So, dann gehe ich erstmal hier runter. Hier runter. Immer wieder munter. Ich sitze. Ähm, wenn ich hier lang gehe, dann gehe ich den falschen Weg. Wenn ich aber hier lang gehe, Dann bin ich auch verkehrt, weil ich muss auf der... Mann, ist das draußen laut. Oder bin ich hier richtig? War das... Ich glaube, das war der Abschnitt mit... Wo das mit der Biene ist. Dann mach das vielleicht als erstes und hole ich mir meine Waffe. Das wäre hier. Das wäre hier, glaube ich. Ach, wisst ihr, was ich mache. Ich hole mir erstmal meine Waffe, weil ich habe jetzt nämlich die Munition dafür einen Platz verwendet, aber ich habe eine kapute Waffe. Ich will eine funktionierende Waffe. Hä? Das ist das eine von hier. Da sind ja die... Da ist ja die Umtauschnormen ziemlich gut. Okay, wo muss ich lang hier unten... Jetzt bleibt aber noch ein Rückwärtsgang. Ihr hört es nicht. Ich tue nur gerade kommentieren, was ich da draußen höre, weil ich höre es klar und deutlich. Und der Red, der ist nicht mehr. Vielleicht hätte ich ihn doch leben lassen sollen, weil von allen Redheads war das der einzige, der mir nie hätte mehr schaden können. Weil der eingesperrt hat. Das sind doch die Hunde unterwegs, oder? Kommen die jetzt? Nein? Da waren doch... Da waren doch einmal hier die Scher... Hat doch hier... Hat doch jemand was an die Fensterscheibe geworfen. Und ich kann mich daran erinnern, dass da, glaube ich, Hunde durchkommen. Hallo? Gut, das ist der Raum. Sehr gut, sehr gut. Da hinten sind ja die ganzen Kräuter, die ich nehmen kann. Da sind jetzt auch keine mehr. Sind die zum Beispiel alle tot? Also ich habe nur zwei verbrannt, aber anscheinend sind... Aber anscheinend sind alle... ...verdödisiert. Haben sich in Luft aufgelöst. Mein Geliebter wurde verbrannt. Ich will nicht mal auf dieser Welt sein. Nö, nö. Gut, schön am Rand laufen, nicht auf die Mitte. Das, glaube ich, hat schon die richtige Tür. Und dann müsste ich da sogar alles gefunden haben. Und dann habe ich wieder alles hier. Alles schön einfarbig, so wie es sein soll. Jawohl. So. Das Gewehr mitnehmen. Och, weiß ich, dies. Die Tür geht zu. Ja, dann lassen wir halt das... ...defekte Gewehr da. So, mein Freund. He, he, he. Hier schaue ich ein Schadgewehr. Und hier ist... ...falsche Taste. Nächstes Platz zu finden. Okay. Ich habe keine Dolche mehr. Okay. Blendgranaten. Also so wie der Name das schon sagt. Das wird wahrscheinlich die Gegner nur für eine kurze Zeit... ...stunnen. Sie verwirren. Okay. Vorsichtig. Nicht auf die Mitte treten. Aber ich weiß nicht, ob mich irgendjemand retten würde. Oder... ...das wäre sogar die Falle. Wenn ich jetzt einfach nur rausgehe, ohne den Schalter betätigt zu haben, dann würde die Falle zu... ...schnappen. Das könnte auch sein. Ahahaha. Ich sehe es an deinen Fingernägeln. Du wirst aufstehen. Du bist schon ein Red Hat. Na komm. Ich wusste es. Bäm. Hehehehe. Und du blutest, du Sau. Wenn ich jetzt hier durchgehe, komme ich dann zu dem... ...inventar... ...zu der Inventarbox. Und da... ...der andere Raum, wo ich eher hin möchte, ist auf der anderen Seite. Daher spare ich mir das lieber, weil ich weiß ja, eine Tür, die... ...irgendwann geht die nicht mehr. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Ah ja, jetzt komme ich hier wieder durch. So, wenn jetzt Redhandsman das gut ist, jetzt habe ich das Gewehr, das heißt, wenn ich jetzt in den Raum kann, den ich ja betreten kann mit dem Schildschlüssel, den ich jetzt dann kriegen werde, wenn ich das mit einem Bäcker erledigt habe, dann habe ich schon mal die passende Waffe und ich habe sehr viel Munition. Sehr, sehr, sehr viel Munition. Ich meine, ich habe auch sehr viel Schuss, also normale Pistolenmunition, also die ist ja unglaublich, was da alles geschenkt wird. Im wahren Leben habe ich noch nie eine Waffe abgefeuert, also keine richtigen Schuss, das war natürlich nur so Spieldurchsachen und ich habe da immer gehört, die haben richtig viel Wucht dahinter, also auch eine normale Pistole, also puh. Wenn ich, würde ich das jemals machen, ich glaube, ich muss auf die andere Seite, muss ich da unten lang, ich glaube, ich muss da hinten, da rechts lang, ja. Ich höre das ja immer wieder, wie zum Beispiel in Amerika, dass das, dass da sehr viele Bürger ja eine Schusswaffe bei sich tragen und auch immer eine Lizenz dafür haben. Ähm, hier bin ich verkehrt. Halt für den Fall der Selbstverteidigung, aber ich persönlich, ich würde da, glaube ich, lieber eher noch einen Taser haben, weil ich meine, mit dem Taser muss man auch noch ziehen und dann kann er eher mal einem Gegner hier, erst mal Fritze Fritze machen, vielleicht macht er sich auch noch in die Hosen, dann rutscht er dabei aus und schlägt sich den Schädel auf, na. Ja, wer weiß, wer weiß, da muss ich auch nicht lang, hier muss ich lang, aber gleich mit einer Schusswaffe, ja. Weil auch wenn ich eine Schusswaffe hätte, ich würde versuchen, einen nicht, der steht doch jetzt sicher auch wieder auf, oder? Oder? Steht er auf? Auch noch nicht, okay, gut. Ähm, da komme ich erst hin, wo denn der Aufzug ist, da meistens. Muss ich da rechts lang? Oder da links lang? Moment, ich will die, ich will auf die andere Seite. Da sind die ganzen norangen Räume. Ja, also dann würde ich eher versuchen, ihm vielleicht mal blöd, einfach ins Bein zu schießen. Natürlich kann jemand dann dadurch auch ein paar Inverlieren, aber erst mal versuchen, ihn dann daran zu hindern, auf mich zuzukommen. Das möchte ich damit sagen. Hier ist nichts zu finden. Wie komme ich jetzt nochmal da auf diese Ebene? Gehe ich da jetzt lang? Also war das doch hier. Ja, doch, doch, jetzt erinnere ich mich. Ja, also ich bin wirklich eher der Typ, wenn ich mal was mit Gewalt lösen müsste, versuche ich wirklich eher einen dann einfach abzuhalten, anderen nochmal Schaden zuzufügen. Oder mir Schaden zuzufügen. Wenn es nicht anders geht, wenn ich einen nicht besänftigen kann. Oder auch wenn ich jemanden nicht aufhalten kann, ja. Und wenn da, wenn es scheiß ein guter Nackenschock ist, und dann liegst du am Boden, eins, zwei, drei, du bist halt raus. So was in der Art. Jetzt auch wieder ein bisschen hier gegensätzlich, weil ich freue mich über jeden Hedger, den ich hier erziele. Aber gut, das ist ja auch bei Zombies. Hier bin ich richtig sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, hier rein. Weil das aber auch Zombies sind. Die sind Monster. Das waren mal Menschen gewesen, aber jetzt nicht mehr. Und man kann die auch nicht mal heilen. So, okay. Was meine Items? Ich habe zwei Plätze frei. Wo muss ich jetzt lang? Dieser Raum oder der andere Raum? Ich glaube, hier ist was verschlossen, oder? Oder war das der Raum mit der Biene? Ich schaue mir beide nochmal an. Ich glaube, bei einem Einbrauch, glaube ich... Ach, genau, das war das hier. Und da hatte ich ja noch was liegen gelassen. Das war, glaube ich, die... Ein gröner Scout. War es das, was das Spiel wollte? Dass ich das mitnehme? Tatsache. Okay, dann wird das grüne Raut jetzt sofort genommen. Ein paar Vitamine für mich. Und in einem Raum ist auch noch Gewehrmunition. Die ist ja, glaube ich, sogar dort vor dem Schlangenkamm. Da kann ich mir das sogar holen. Passt doch. Diesen Sound habe ich auch öfters schon gehört. Das ist ja immer so ein Indikator, oder? Der Safe-Raum hat halt die Safe-Raum-Musik. Und das ist, glaube ich, hier einfach die Musik... Oh, das sind Rätsel. Pass mal auf. Überlege gut. Bienenköder mitnehmen. Bitte Dank. Schon eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken. Passiert nix. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Da muss ich was einsetzen. Ein anderes Insekt, das ist hier drüben zu finden. Bienenpräparat mitnehmen. Verschiedene Angenköder. Oh ja. Präparierter Insekten. Äh, erstmal nicht. Jetzt den hier einfügen. Präparierter Insekten. Da kommt gleich was raus. Passiert nix. Muss ich... Warte, musste ich hier den... Musste ich hier den Goldenen einsetzen? Ah, ich glaube schon. Mitnehmen? Nein. Präparierter Insekten. Schalter drücken. Passiert nix. Hm? Komisch. Ich dachte, das war beim letzten Mal die Lösung gewesen. Dann schaue ich mich gerade nochmal um. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Ach, da drüben ist auch noch was. Ah, ich muss den Haken dran setzen. Diverse Angelhaken. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Ich muss das kombinieren. So, jetzt schaue ich nämlich einen Bienenköder. Ah ne, das stimmt. Das passt. Die Biene muss da hin. Das Bienenpräparat. Und dann muss der Bienenköder hier hin. So, es hat Klick gemacht. Nicht mitnehmen. Nein, nein. Lass es schön hängen. Drück den Schalter. Lass die Biene frei. Ach, stimmt. Das war genau das Windsymbol. du bist ja knallhart lieber kriss also die chill die hat sich hier gewehrt und gewehrt und der nimmt einfach nur hast du mich gestorben ich stech dich zurück mit meiner waffe und das schmied genommen da muss ich doch glaube ich hier was aktivieren keine besonderen merkmale nein aber das ist das was ich für das krab rauche oder ist jetzt noch was zu finden hier ist noch was zu finden die versammelhaken testament des forschers da ist ein brief 3 juni 1998 meine liebe alma bitte verzeiht dass ich dich nicht anrufen konnte ein mann mit einer sonnenbrille verbot uns jegliche telefon gespräche es tut mir leid einmal wie viele typen kennen wir denn mit sonnenbrille die sogar in finsterster nacht trägt eine sonnenbrille lieber westgas miau das klingt wie wiskas die ist wahrscheinlich sogar katzenfutter fleischmalare ich weiß nicht wo ich anfangen soll oder wie ich in einfachen worten erklären kann was seit unserem letzten gespräch geschehen ist ich hoffe es geht dir gut und vergib mir meine abschweifung in dieser brief fällt mir nicht leicht ich weiß den anderen habe ich nicht geschrieben aber da ging es einfach nur darum dass ein wachmann mit seinen freunden karten gespielt hat und er hat beschrieben wie er mehr und mehr dem durch die infektion sich verwandelt hat das wusste ich noch selbst während ich schreibe spüre ich wie grundlegende konzepte konzepte mir unerreichbar werden und verzweiflung und verwirrung versinken doch ich muss dir sagen was ich auf dem herzen habe ich ruhen kann einmal bitte glauben mir dass ich dir nur die wahrheit sage die ganze geschichte bräuchte stunden und die zeit ist knapp da er nimmt diese tatsache hin letzten monate gab es einen unfall im labor und der virus den wir erforschen wurde freigesetzt alle meine kollegen infiziert wurden sind tot oder dem tode nahe und die art der krankheit bedeutet dass die noch lebenden verstand verloren haben dieser virus raubt seinen opfern ihrer menschlichkeit und zwingt sie leben zu suchen und zu zerstören selbst wenn ich die schreibe höre ich sie von meiner tür wie geistlose ruhige tiere kann es sein dass ich das gar nicht gelesen habe oder das ist ein ganz anderer brief ist soll ich vielleicht noch mal in den anderen raum zurückgehen und gucken was da drin stand einmal ich habe versucht zu überleben und ich wieder zu sehen aber ich habe das unausweite hier nur hinaus zögern können ich bin infiziert und es gibt keine heilung für das was nun folgt der einzige ausweg besteht daran mein leben zu beenden ich das verliere was mich noch von diesem bestien unterscheidet meine liebe für dich in einer stunde beginnt mein ewiger schlaf in frieden bitte verzeihen mir es tut mir so leid martin quackhorn nix mehr zu finden nur noch hier das testament eines liebenden mannes ich sollte am besten nicht annehmen dass jede texte gleich sind weil es könnte ja sein hier sind jetzt nur noch die kräuter weil es könnte ja sein dass der texte sind die was ganz anderes beinhalten gut ich habe jetzt das wind symbol das brauche ich glaube ich um auf dem friedhof dem markt nun frei zu schalten wenn ich mich nicht täusche da hinten ist jetzt auch nichts mehr gut 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 ja dann leben wir doch mal unsere sachen ab bis wir sie brauchen und schauen mal ob jetzt die rebecca soweit ist mit dem rätsel so gehen wir das jetzt erst mal ab ich weiß ich brauche das symbol abspeichern wollte ich wäre eine gute idee ich habe wieder viel geschafft und ich habe farbänder so weit das auge reicht schreibmaschine fortschritt speichern bitte dankeschön und wir sind schon bei nummer 10 ich bin sparr ich an tippt 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 macht steppt hans auf der tastatur auf der schreibmaschine also beim computer wobei ist das irgendwo auch eine schreibmaschine ich meine die tastatur ist ein ist ein teil einer maschine mit der man schreibt ich habe keine heilgegenstände brauche ich die eigentlich überhaupt weil es gibt ja so viele kräuter die ich überall habe liegen lassen dann könnte ich mir die einfach nehmen und mich dann einfach heilen gut was ist jetzt der schnellste weg zurück ich würde mal sagen der ist durch die kunstgalerie oder also die tür ist schon kaputt ich muss also den umweg nehmen wurde nicht mal was gesagt das ist ja bescheiden hier komme ich auch nicht durch denn diese tür hat keinen griff der hat den griff der zu der wirklichkeit verloren hat keinen nutz mehr hat keinen zweck mehr in dieser welt da lag doch einer oder oder hatte ich den auch schon getötet hier ist auch noch ziemlich viel waren das jetzt auch nur gegenstände oder weil es jeder raum wo es zum schlangenkampf hingeht da geht es ja das stimmt da zum beispiel sind die ganzen kräuter wissen wir was dann ruhig mir doch gleich mal die munition dann habe ich das nämlich ob der red hat hier schon aufgewacht ist ich glaube ich höre was ein selten schöner moment wenn der spieler und der gegner selber verdutzt reinschauen weil sie nicht mehr in der nicht wissen was gerade passiert ist hat er mir gerade eine granate in den mund gesteckt ist hier und die ist jetzt explodiert weil ich drauf geschossen habe also im prinzip ist wenn man die granate benutzt ist es ein ist es eine eine ein instant death weil man nur noch drauf schießen muss aber man darf nicht zu nah dran stehen aber war schon ein bisschen niedlich oder ich meine der der stand einfach da ganz verdutzt und wir haben uns beide in die augen gesehen vielleicht war es auch kurze gefühle gewesen lässt du noch mal auf oder bist du schon tot okay du blutest du blutest du sau gut ich wollte mir hier die munition holen dankeschön vier 24 schüsse sind nun mein und ich habe hier auch alles gefunden sehr 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 schön also hier sind jetzt dann auch noch die kräuter zu finden oder war hier noch was da war ja die tür zu der schlange die ist verschlossen und das schildsymbol die einzige tür mit dem schildschlüssel warum auch immer weil ich weiß noch aus der erinnerung dass dieses eine rätsel für mich dann immer so für mich dann so anstrengend war weil es hat am längsten gebraucht und dann nur für den einen für die eine tür aber danach hat man ja halt einen großen schritt gemacht weil es ja dann richtung nächsten abschnitt des spiels ging so dann tue ich mal meine waffen wieder wechseln ach meine meine ähm selbstverteidigungsgegenstände kommen jetzt zu nein ich glaube ich habe nur noch eine blendgranate oder ja hat mich halt doch ein bisschen oft erwischen lassen aber 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 da ich nicht so viel gesundheit verliere sollte das ja gehen okay einmal hier durch ich glaube das ganze schild ja doch das war für den schildschlüssel und erst in dem raum wo die schlange ist finde ich glaube ich eine der masken oder war das nicht so ding-tong-ting-tong-ting einmal hier durch na red hat bist du aufgestanden schildschlaf beendet brauchst vielleicht noch ein paar jahre okay ich höre sie noch spielen ja 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 der ist verwandelt okay und du bleibst auch liegen du blutest deaded gut feine sache war das der raum ich kann ja grad mal schauen ja das war der raum das ist da wo auch die tiger büste ist und wo ich noch und das mit den chemikalien das kann ich da auch noch machen Chris Chris ich denke ich habe es geschafft bravo bravissimo die türen öffnen sich auch sooo dann holen wir uns doch mal unser schild das gold symbol mitnehmen die türe schließt sich ja sie hat schön gespielt aber du willst mir meinen schatz wegnehmen nix da nix da hier ich habe ein ersatzteil okay tut auch's gehen ist zwar nicht so schön glänzend aber es passt was ist hier nochmal trevors tagebuch mir ist auch wieder eingefallen die heißt lisa trevor 24 november 1967 elf tage sind vergangen seit ich auf diesem anwesen eintraf wie bin ich hier gelandet zu fuß mit der kutsche ein mann im laborkittel brachte mir ein krägliches mal und sagte ich bedauere dass ich ihnen das zumuten muss aber es ist aus sicherheitsgründen nötig das spielte ja zu laborkittel das spielte also das spielte schon in der zeit wo es wahrscheinlich auch autos gab und da ging mir ein licht auf jetzt ergibt es sinn nur zwei leute kennen das geheimnis dieses hauses sir spencer und ich wenn die mich umbringen weiß nur noch sir spencer bescheid aber warum das ist nun egal hier ist es so gefährlich meine familie ich hoffe es geht ihnen gut ich muss entkommen jessica lisa ich bete für eure sicherheit wie konnte ich so unachtsam sein ich habe mein liebstes feuerzeug verloren mein geburtstagsgeschenk von jessica das macht es viel schwerer von diesem finsteren ort zu entkommen das ist nicht so wichtig das feuerzeug was wir haben oder 13.05 der tag an dem mein schicksal besiegelt wurde nur drei tage zuvor wurde meine tante ins krankenhaus eingeliefert jessica und lisa wollten sie besuchen gehen ich wünschte ich wäre bei ihnen dort aber nein ich entsinne mich kurz vor meiner ohnmacht sagten die männer in laborkitteln etwas wie wahrscheinlich sind seine frau und tochter schon ich bete für ihre sicherheit ja doch 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 es spielten 1967 also zu der zeit gab es da schon autos ich weiß es nicht ja doch wahrscheinlich schon die früheren arten autos ich übertreibe da immer wenn ich mir denke oh 1970 oder 1967 das waren ja dann die 60er jahre da gab es das ja schon da gab es ja dann auch schon fans und so alles daher das mit dem laborkitteln und so weiter es ist halt ein sehr altübliches herren aus ja irgendwie konnte ich aus dem raum hin kommen aber aus diesem haus kommt man nicht so leicht ich muss die ganzen fallen umgehen tigeraugen kreuzsymbole das darf ich nicht vergessen und ich darf es auch nicht vergessen all die sachen die ich brauche dankeschön für die hilfe rebecca ein kostspieliger flügel na ach dankeschön dass du dich um mir sorgen machst ich denke ich habe hier alles oder ja feine sache es geht voran meine damen und herren und es freut mich wie viel mir noch in erinnerung geblieben ist also dann setzen wir mal den Schild hier ein Und es öffnet sich. Wie war das jetzt nochmal gewesen? Dieses Bild gibt ja den Hinweis. Das große durch den Kopf, also den Helm, und das kurze durch die Rüstung. Das kurze durch die Rüstung steckt in der Brust des einen Ritters. Das lange Schwerter hat den Kopf des anderen durchbohrt. So, wenn die Beine aneinanderstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay, anscheinend können sie die Räder im U-Werk drehen. Ausprobieren, jo. Das große. Ähm, nee, das... Nee, 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 das... Pass, nee, vielleicht hat das mit dem Helm, dem Schild, dem Schild und der Rüstung zu tun. Ja, mehr Hinweise brauche ich auch nicht. Das große passt ja. Das kleine muss in die... Moment, eigentlich passt es doch schon. Weiterdrehen. Hä? Eigentlich war das doch schon richtig. Das große durch den Kopf, das kleine durch die Rüstung, oder? Äh... Groß links. Weil so ist es verkehrt. Es muss genau andersrum sein. Es war doch eigentlich schon richtig, oder? So, und jetzt das große... Rechts. Groß rechts. Das ist... Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Das war doch bereits richtig gewesen, aber anscheinend muss... Vielleicht war das Zufall generiert, und das Spiel musste halt nochmal sehen. Ey, du hast dran gedreht, mein Freund. Hausschlüssel mitgenommen. Prüfen wir. Es ist... Der Schildschlüssel. Ein Schild ist daran eingraviert. Und dadurch, dass es halt nur der eine, einzige... Ist... Wo muss ich da nochmal lang? Obere Ebene. Wisst ihr was? Ich mach das noch in dem Part. Dann hab ich das nämlich auch abgeschlossen. Für den einen Schlüssel, dann kann ich den auch wieder ablegen. Deshalb sieht der wahrscheinlich auch anders aus, weil der... Weil das ein Hinweis ist. Hey! Der ist nur für eine Tür. Eine alte Tür. Moment. Schwerstehender Krug. Ich kann mich dran erinnern, dass in den Railgame-Spielen hier in einem Krug was versteckt war. Vielleicht hätte wäre das hier auch gewesen. Wer weiß. Vielleicht habe ich ja auch einige Sachen übersehen, weil die versteckt sind. Kann ja auch gut, gut sein. Wo will ich jetzt lang? Da will ich lang. Jawohl. Ähm... Hier lang? Oder war das die untere... Das war die untere... Nee. Unten muss ich lang. Nicht oben. Unten. Oder? Ja doch, doch, doch. Ich war doch richtig. Oben lang. Es ist so verwirrend. Drei Dimensionen. Kann man nur den Überblick verlieren. Ich gehe jetzt erstmal durch. Ich glaube, das müsste die richtige Tür sein. Wenn jetzt der dunkle Gang ist mit dem Mobiliar. Nein, hier bin ich genau verkehrt. Ich muss eine Tür weiter. Ah, schau. Ich frage mich aber, was ich da noch für eine Waffe kriege. Also wenn ich den Granatwerfer nicht kriege. Wenn es nur eine chill-spezifische Waffe ist, ja? Hier auch nicht. Was? Diese Tür? Da habe ich komplett falsch gelaufen. Ja. Wenn es eine chill-spezifische Waffe ist. Was ist denn eine chris-spezifische Waffe? Jawohl, hier bin ich richtig. Und jetzt hier lang. Sehr schön. Und ich kann mir sogar ein paar Kräuter mitnehmen, falls ich vielleicht doch verletzt werden würde. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. Von der Schlange. Okay, nehmen wir mal ein paar Backkräuterchen mit. Von der Fall, der Falle. Bei den Schlüssel verlier ich jetzt auch wieder. Kann ich gleich wieder zur Seite legen. Huch, einmal verwendet. Ab ins Altmitteil damit. So, dann starten wir schon mal die aus. Nachladen. Schildschild ist verwendet. Sie brauchen die nicht mehr. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Gute zum Geburtstag. Aber ich bin nicht da leckerbissen. Nein. Haust ab. Autsch. Bitte sag nicht, ich bin vergiftet. Eher ist es dein verdammter Ernst. Super. Für den, ich sehe dich. Es war für die Maske gewesen. Okay, okay. Der Schuss hat ihr gereicht. Und es war für eine Todesmaske. Ist es jetzt meine Todesmaske? Ah, super. Ich bin vergiftet. Rebecca, ich brauche hier ärztliche Hilfe. Hier ist noch was. Ich glaube, Munition ist hier zu finden. Gewähr Munition. Ey, prima. Noch was? Nein, das war es. Okay, jetzt so schnell wie möglich zum Krankenzimmer, wo da Richard ist. Hoffentlich ist dann auch wieder die Rebecca da. Und dann kann sie mich wirklich hier gleich verheilen. Poisson. Chris. Ich brauche Serum. Serum? Ich habe es mir gesehen. Ich werde gleich zurück. Hänge da rein. Spielen wir das mit Rebecca? War das unausfänglich, dass ich vergiftet werde, oder was? Das ist ja... Das ist ja interessant. Wir spielen jetzt die Rebecca. Uiuiui. Und jetzt müssen wir... Ja, super. Jetzt muss ich mich wieder gut an den Weg erinnern. Und jetzt muss ich den Chris retten. Gedauschte Rollen, meine Freunde. Okay, 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 okay. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Was für eine Aussicht. Lass dich aber nicht ablenken, Trovo. Augen aufs Ziel. Augen aufs Ziel. Ich muss jetzt... Einmal außenrum. Einmal außenrum. Einmal außenrum. Einmal außenrum. Jawohl, jawohl. Und hier durch die Doppeltüren. Doppeltüren, Doppeltüren, Doppeltüren. Hoffentlich ist der... Ist der Zombie jetzt nicht so ein Red Hat geworden. In solchen Situationen, da schwitze ich immer. Bäm. Bleib liegen. Geziehter Schuss, meine Freunde. Hier bin ich richtig. Genau zwischen die Augen. Für meinen Augenstern. Da will ich doch hier mein Leben doch nicht verlieren. Weiter, 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 weiter. Kann ich mir eigentlich auch... Ne, Serum kann ich mir nicht mitnehmen. Das wäre... Ich kann mir nur blaue Kräuter mitnehmen. Okay. Serum mitnehmen. Und jetzt schnell zurück, schnell zurück. Ich... Wenn er jetzt sterben würde... Wäre es wahrscheinlich Game Over. Und dann müsste ich alles nochmal machen seit dem letzten Mal speichern. Bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Okay. Okay. Und den gleichen Weg jetzt wieder zurück. An dem Red Hat vorbei. Dem verpasst ich ein viertes Nasenloch. Dann ist er wieder ausgeglichen. Symmetrie. Die Symmetrieachse des Bösen. Autsch. Autsch. Lauf, Rechbecker, lauf! Nein, 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 nein. Meilen in Süßenhintern kriegst du nicht. Das wird Rache geben vom Chris, dass du hier die Rebecca angelangt hast. Du Schlingel, du! Okay, und jetzt auf die andere Seite, auf die andere Seite. So schnell es überhaupt noch geht. Bin ich hier richtig? Nein, andere Seite, andere Seite. Bim, blim, 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 blim. Ja, okay, das war doch jetzt wieder hier Rekordzeit, oder? Chris, liebst du noch? Oder brauchst du Mund-zu-Mund-Beatmung? Huuuuhh! Hm. Chris! Chris? Ach, du atmest es noch. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Was hat passiert? Du warst von einem schweizenden Schneck und fällst unbewusst. E-e-e-sie. Oh, mein Kopf hat mich kümmern. Du solltest gut sein, weil ich dir einen Schuss von Serum gab. Aber wiederum, nicht alles, was du nicht machen würdest. Ich werde versuchen, das zu erinnern. Ich verdiene dir einen. Oh, danke Gott, ich habe es in Zeit gemacht. Ah, ich weiß, ich weiß, ihr seid professionell, daher, da wird nichts gemacht. Ja, ja. Schade. Gut, meine Rebecca, vielen lieben Dank, dass ich auch mal in deiner Haut stecken durfte. Also, du fühlst dich ja schon smack sie an. Smart and sexy. Ja. Waren da nicht noch Kräuter gewesen? Da drüben ist noch irgendwas zum Sammeln. Da ischelt noch was zum Sammeln. Was war das? Ist hier noch was? Ach, ich dachte... Doch eine Blende... Ah, das ist doch was. Ich dachte, das wäre sowas wie eine kleine Kerze oder so, die jemand in der Ecke hat liegen lassen. Und somit, meine Damen und Herren, haben wir hier alles abgeschlossen. Es fehlt nur noch eine Todesmaske. Wo war die jetzt nochmal gewesen? Ich komme sicher drauf. Also, ich habe ja so gut wie alles jetzt hier schon abgeklappert, abgesucht. Also, viel gibt es hier nicht mehr zu finden. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Da hinten sind ganz viele Räume, wo ich noch was finden kann. Dann war sicher eines der Räts ein... Irgendwo dort war sicherlich dann eine der Masch... Die Maschke gewesen. Die letzte Maschke. Und dann komme ich an den nächsten Abschnitt, weil ich ja dann das Metallsymbol habe. Puh. Aber das ist jetzt wirklich nur wieder eine Frage, die ich mich stelle. Hätte ich... Ähm... Hätte ich den Kam... Das war wahrscheinlich ein extraer Abschnitt gewesen. Hätte ich mich jetzt nicht von der Schlange her... Hätte Bissen... Beißen lassen. Dann hätte die Rebecca nicht... Zur Hilfe allen müssen. Vielleicht hat das aber auch wieder Auswirkungen dadurch, dass sie mir geholfen hat. Komm her. Du hast die Rebecca angelangt. Das hast du dir, der verdient, mein Freund. Und nun Blute. Jawohl, so ist gut. Da verstehe ich keinen Spaß. Überhaupt keinen Spaß. Wenn man hier meine Freunde anlangt. Und besonders die, auf die ich ein Auge... ...geworfen habe. Da kann ich stinkig werden. Denn wenn es jemand... Wenn es etwas gibt, was gefährlich ist, als ein... Als ein... Als ein guter Freund. Dann ist es jemand mit einem Liebesinteresse. Alles klar, Jovo. Wir haben verstanden. Du bist hier... Du hast nötig. Ehe in Ordnung. Jeder braucht ein bisschen Liebe. Oder einen guten Freund. Was er noch nicht ist, kann ja noch werden. Gell? So. Oder hatte ich die andere Maske schon gesammelt? Nein. Zwei Masken habe ich... Zwei... Eine verbleibt noch. Eine habe ich schon hingetan. Eine verbleibt noch. Einmal speichern für den Jovo. Viel wieder geleistet. So. Und du, Richard, du schläfst noch weiterhin. Das kann ich verstehen. Nach der ganzen Sache könnte ich jetzt auch wieder Stunden schlafen. Ding, ding. Ding, 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 ding. Gut, meine Damen und Herren. Das war ja eine extra lange Ausgabe heute gewesen. Da haben wir aber auch viel wieder geleistet. Es geht gut voran. Neue... Neue Sequenzen gesehen. Neue Interaktionen. Ich verliebe mich in die Rebekah. Das habe ich, glaube ich, auch schon bei den World Games. Hat man das auch schon gesehen. Bei den Biohazards spielen. Ich finde einfach... Auch der Charakter von ihr ist einfach toll. Sie ist so fürsorglich. Sie kümmert sich um ihre Teamkameraden. Also... Ich schwöre zu Gott. Ich werde verhindern, dass hier irgendwas passiert. Und wenn ich einen Abschnitt immer wieder spielen muss. Ich werde sie nicht stärker belassen. Und ja. Wenn Ihnen meine Damen und Herren diese Ausgabe von Resident Evil Age The Remastered gefallen hat. Lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sind es hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin. Ihr 390 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye. Bye. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!